Welche Schönheits-OP bräuchtest du? Ich habe doch die Schlittschuhe. Hier hinten so einen kleinen Knubbel an der Ferse. Überbein? So ein Überbein, genau. Da haben mich Leute schon ausgelacht dafür. Tatsächlich? Ja wirklich. Da war ich am Münchner Flughafen, da war ich auf so einem Rollband gestanden, hat nur Flipflops an und habe mich so ein bisschen vorne auf das Rollband so übergebeugt und dann durch die Streckung kam der wahrscheinlich noch mehr raus. Und dann sind auf der Gegenseite ein paar Mädels vorbeigefahren und dann haben die mich dafür ausgedacht. Eine kleinere Nase. Ich habe immer Probleme Sonnenbrennen zu finden. Tatsächlich? Ja die sitzen dann immer hier oben. Das ist wirklich unangenehm. Vielleicht mal eine Nase gerade machen. Hast du die schon mal gebrochen gehabt? Dreimal schon. Dreimal? Ja. Würdest du sagen die ist schief? Ja der hat schon einen leichten Knick drin glaube ich. Wo ist der Knick da bitte? Wenn man von der Seite guckt. Ah ok, hier sieht man es ja. Einmal Visier, einmal Schläger und sogar Puckauer. Dann kam der Arzt und sagte, ja das müssen wir ein bisschen einrichten. Knack knack und dann war es wieder gerade. Danach hat man gerönt, gerade ein Bruch, fast. Weiter geht's. Muss man nicht operieren, weiter geht's. Welche Schönheits-OP bräuchtest du? Ich bräuchte einen neuen Zahn. Ja der fehlt seit zehn Jahren. Wo ist der Zahn? Der ist zu Hause in einer Vitrise. Ich würde mir gerne dann in ein paar Jahren, wenn es noch schlimmer wird mit den Geheimratsecken hier, würde ich mir gerne die Haare transplantieren. So wie der Kloppo? Genau. Genau ein Kloppo. Den kannst du hier reintackern. Mir wird nachgesagt, dass mein Haar dünner wird. Also du brauchst jetzt ein paar mehr Haare. Ja, hast du? Du hast ein paar für mich. Ich habe ein paar übrige. Ja, also ich würde meine auch dir verkaufen. Ist ja auch Ton in Ton. Ja. Wär jetzt hinten dunkler wie vorne. Ja. Aber wäre sicher toll. Ja, glaube ich auch. So die langen Locken hinten raus auch. Würdest du von mir auch ein paar Haare nehmen wollen? Ja gerne. Ich habe jetzt ein bisschen dunkleren Taar wie du, aber... Das sind gute Highlights, glaube ich. Ja, das wäre Wahnsinn. So Löckchen, wenn da auf der Seite rauskommen. Kleines Zebra, gell? Ja, wäre cool. Wäre was Neues. Ich würde es dir auch zur Verfügung stellen. Also ich kann es dir nur anbieten. Sehr gut. Vielleicht kommst du nochmal darauf zurück. Gehst du mir die Hand drauf, oder? Ja. Merci. Ich stelle mir schon vor, wie er das in irgendeiner Grafik zusammenbaut. Ja, wird bestimmt lustig aussehen. Haare, ja? Hast du so viele? Nein, da habe ich gar nicht. Also hier wirklich Blanko, aber hier oben Wahnsinn. Also wirklich toll. Zum beneiden. Tolle Haare. Ja, auf jeden Fall. Oder? Ja, total. Fallen es dir auch? Ja, ja voll, natürlich. Welche Schönheits-OP bräuchtest du? Ha. Hast du das die anderen Jungs auch schon gefragt? Ja? Ja. Ja? Da kann ich dir ganz genau sagen wahrscheinlich. Die brauchen wahrscheinlich eine Knöchelkorrektur. Die sind einfach so, oder wie? Die sind einfach so. Ich meine, du musst natürlich auch die Power auf die Straße kriegen, weißt? Die PS. Das ist ja klar. Du kannst dir auch nicht einen Lkw mit 18-Zoll-Reifen rausschicken. Das funktioniert nicht. Nein, das geht nicht. Was? Ja. Also du kannst auf jeden Fall noch Flipflops tragen. Die Mode momentan kommt mir komplett entgegen mit Knöchelfrei. Da bin ich vorne dabei. Welche Schönheits-OP bräuchtest du? Ziemlich lange Zehen. Ach, deswegen hast du heute auch geschlossene Schuhe an, oder? Nein, eigentlich nicht. Also eigentlich glaube ich gerne mit Flipflops oder mit Birkenstock-Rom. Aber ich glaube, so auf beiden Seiten. Deswegen ist es… Dann passt es ja eh. Kannst du auch schon wieder, wo Leute sagen, uh, was hat der da? Style. Genau. Das ist was ganz Neues. Ich meine, jetzt waren ja Po-Implantate total in. Zuerst die Brust-Implantate und jetzt vielleicht… Vielleicht kommen die Überbeine hinten raus jetzt. Richtig, genau. Na, die Mädels werden sie noch anschauen am Flughafen München. Wenn sie sich mal sehen, als Fußmodel. Richtig. 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 Hein? Hahaha.